Joopbox ist kaputt. Ja genau, da war es ja. Der hintere Raum, der ist ja jetzt offen. Komm mal auf da. So, jetzt hier haben wir ja direkt aufgehört. Das heißt, da oben müssen wir durch. Hallo Schwester. Nehmen wir direkt mal mit. Zimmerbrief. Ist das markiert? Nein. Doch warte mal, stopp. Klar. Rose Water Park. Da müssen wir ja hoch. Da war ja was. Abgeschlossen. Ist auch nichts mehr. Klasse. Ist ja aber auch Nebel, ey. Kackalacke. Komm her. Schnell tot machen. Bevor das Eier legt. Was sind wir denn hier überhaupt? Ist was geradeaus in Fragezeichen? Restaurant Gonzales. Wollen wir geradeaus weiter, wa? Als müsste ich hier durch. Was ist das? Hat sich einer nackig gemacht. Salz in der Keshebär. Was war das denn jetzt? Ah, wirst du. Ah, wirst du. Ah, wirst du. Ah, wirst du. Alter Lutschbruder! Die Lautstärke, hat die sich umgeschaltet? Ob da kein Update für das Spiel raus war? Leck mir an die Füße! Ah, schon angenehmer. Bisschen muss das noch runter. Wundert eher, was die Alte hier in Silent Hill will. Jedes Ketto sieht besser aus. So, hier geht es nicht durch. Dann hätten wir das nämlich schon mal abgeklabbert. Jetzt können wir die obere Straße nochmal ausprobieren. Bei Burger Happy, da geht es angeblich nach oben. Mal noch mal drinnen. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Soll es irgendwie hochgehen, oder? Vielleicht nicht raus. Gehen wir da nochmal durch. Hier ist jetzt auch nichts gewesen. Die Sachen stehen zu. War das Vieh totgeschlagen? ... 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 Blingling ist es nicht. So wird das hier irgendwo sein. Aha. Prozeit-Apartment. Hätte ich eigentlich lesen müssen. Lieber mal zumachen. Man weiß ja nie, ne? Ich soll mich bloß in Ruhe lassen, die Viecher. Hello? Jemand da? Erstmal hier vorne auch. Da kriegen wir ja meist die ganzen Schlüssel her. Oder zumindest einen Anhaltspunkt. Da liegt Post dran. Haben wir wahrscheinlich nie abgeholt. Uh. Erstmal speichern. Ganz wichtig. Was ist das? Ui. Muss mal was suchen, damit wir was öffnen können, wa? Was? Gibt ja nicht allzu schwer sein. Was? Pistolenkugel. Pistolenkugel. Was gibt's denn hier? Ist keine Karte verfügbar. Auch abgeschlossen zu sein. Was ist das hier? Aha. Willst du dir beschweige Beschweige ab? Welche Nummer war das? 217. 217. Das dürfte... Zweiter Stockwerk sein. Natürlich ist jemand hier. Kann nicht alles abgeschlossen sein? Schlampe wäre hier nicht schlecht. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Du hast ja keine Musik, kein gar nichts. Das heißt, ich bekomme gleich die Abreibung meines Lebens. Nice. Du scheiße, was darfst denn? heiliger bim bam schloss tot egal was es ist die taschenlampe bleibt jetzt an die mache ich doch nicht aus da habe ich mich jetzt erschrocken geht mir die pumpe jetzt aha willschaft hofschlüssel an guck mal das ist ja dann wahrscheinlich von unten sollte ich sehen kommen ja wahrscheinlich noch mehr von den viechern ich mich erschrocken sich jemand schlafen gelegt hier werde ich jetzt auch nicht durchkommen viecher gehen jetzt richtig im nahe kampf ah guck mal hier perfekt nehmen wir doch direkt mal mit crosswater park okay das heißt da geht es raus 217 da müssen wir hin noch mal hoch hier das ist die frage natürlich ist ja keine klinke dran ist alles zugestellt wahrscheinlich gibt es hier was auch guck mal da ist soll munition zwei kugeln wow soll ja richtig sparsam sein hier im gucken gehen bevor ich jetzt weiter gucke liegt noch tot in der ecke das gut jetzt auch nichts übersehen kein schlüssel oder ähnliches so Ja, dann wollen wir doch mal. Ich will da etwas, was mir gar nicht gefällt. Zum Glück haben wir jetzt ein bisschen mehr Munition. Das Wetter ist doch ruhig. Hier ist irgendwo was. Der pingt immer nur ganz kurz an. Natürlich. Hier ist einer drin. Die Holzlatte, ich schlag dich tot, wenn du mich jetzt erschreckst. Das war's. Das war's. Hier ist irgendwo. Decidiv. Das ist irgendwo. Das ist unser Dank. Das ist mein Deck. Das ist mein Deck. Das ist mein Deck. Ich weiß.